willkommen trader zum dritten handelstag der woche und den blick in die märkte heute dreimal währungen us dollar japanische yen britischer fund kann dollar und von der nebenseite her euro z a r also südafrikanischer rand und damit der start in den tag bevor wir hier in deutschland feiertag haben hier auch wie immer die einladung an alle die live zuschauen über go to webinar oder auch auf facebook fragen sehr sehr gern bitte einfach hinein in die chats bevor wir starten wie immer der richtige und wichtige risikohinweis der handel mit devisen und cfds auf margen der kann zu verlusten führen das ganze bitte in kenntnis nehmen dann noch ein hinweis für freitag sende hinweis freitag 4 oktober da machen wir ein großes analyse spezial wir haben ja freitags immer sowieso den großen marktblick wo wir über die indizes schauen diese woche freitag mache ich anstelle eines klassischen edukativen parts umfassende marktanalysen da haben wir natürlich auch sehr viel zeit für fragen und antworten die nehmen wir uns am freitag also da geht es los 8 uhr 30 starten wir hier mit der normalen besprechung unserer handelsideen und dann machen wir die türe ganz weit auf und schauen auf alles was wir hier bei ticmel interessanterweise traden können also das am freitag kleiner vorschau und damit gehen wir hier hinein in die tagesnachrichten wir sehen es heute und hier aus der schweiz bekommen wir oder haben wir bekommen den verbraucherpreis index um 10 uhr 30 gibt es aus großbritannien den einkaufsmanager index für das baugewerbe dann gibt es arbeitsmarkt zahlen die sind heute sehr sehr wichtig aus den usa 14 uhr 15 und zwar die atp beschäftigungsänderung am nachmittag dann weiterhin eine rede von fomc mitglied haker die rohöl lager bestände gibt es dann um 16 uhr 30 und am nachmittag dann noch mal in den usa eine rede seitens eines fomc mitglieds das also hier für den heutigen tag und gestern noch mal ein kurzer rückblick wir haben ja gestern zahlen auch aus den usa bekommen und zwar war das gewesen um 16 uhr da gab es den einkaufsmanager index für das verarbeitende gewerbe in den usa und der ist wirklich deutlich schlechter ausgefallen als erwartet und das hat dann ordentlich druck auf die märkte gegeben wir haben es ja gesehen was die indizes gestern gemacht hat das gab einen richtigen rutsch nach unten einfach weil die zahlen so schlecht gewesen sich schauen noch mal kurz rüber also die prognose war ja 50,4 das war ein vor ein vorhergehender zuwachs also zum vormonat sozusagen da stand es bei 49,1 die echte zahlen jetzt haben wir hier eine 47,8 und mit diesem rücksetzer hat der markt definitiv nicht gerechnet und deswegen hier der schub in den indizes gestern aber das gibt natürlich dem gold die chance die gegenbewegung zu machen mal eine korrektur zu starten nach dem rutsch den wir gehabt haben das haben wir gesehen gestern auch mal angesprochen als wir hier über den dau am rande einmal fix gesprochen hatten also wenn wir uns das mal kurz in den charts auch anschauen wir sehen es ja immer wieder wenn wir uns mal hier den dau anschauen die hat gestern wirklich wir haben ja gestern morgen auch darüber gesprochen wie man sich denn hier im dau verhalten sollte hier habe ich auch mal eingezeichnet noch den abwärtstrend auf stundenbasis der die korrektive phase gibt wo wir hier oben dieses wichtige level hatten die 27.000 wo war das hoch gewesen 27.126 50 diese zähler hier solange wir nicht drüber sind haben wir einen abwärtstrend und der ist halt federführend und das ist halt auch das was hier passiert ist wir sind gestern dann wirklich tatsächlich ja oben hier wir sehen es die ganze zeit ran gelaufen und dann bam gab es den rutsch nach unten mit veröffentlichung der zahlen zack ist der mark runtergebrochen und das was wir momentan hier sehen ist alles andere als ein bullisches zeichen das ist so eine runde konsolidierung nach diesem rutsch nach unten das heißt hier haben wir tatsächlich die gefahr noch mal deutlich tiefer zu rutschen wir sind ja mittlerweile im dau auch an dem einen punkt den ich gestern auch gezeigt hatte wo wir durchaus ja sag ich mal den markt mit erwarten können wo support kommen könnte aber wenn der bricht wir halt uns weiter nach unten orientieren müssen und das ist dieses level hier um die marke von knapp 26.550 zählern also hier in diesem bereich der ausbruch im großen bild nach oben für die letzte bewegung und dann ist das nächste anlauf level was wir haben hier unten der support um knapp 26.000 zähler im dau das auf dieser seite und auf der anderen seite gehen wir mal kurz auf gold ich habe ja gesagt die korrelation ist tatsächlich auch vorhanden und hier im goldpreis sehen wir es auch ganz ganz deutlich der markt ist ja deutlich nach unten geschoben wir sehen es aber mit dem rutsch der indizes gestern ist der goldpreis nach oben geschoben und was wir hier jetzt sehen ist eine korrektur das ist mal auf stundenbasis das so mich auch mal etwas weiter zusammen wir sehen es hier das ist mal der abwärtstrend vom gold hier unten raus hier haben wir das letzte korrektur überschritten der markt ist hier leicht hoch getrennt und auch diese kerze schaut euch das mal an die ist genau in dem moment wo der dau nach unten gekracht ist ist der markt hier nach oben gekracht und das das ist jetzt für die die auch live zuschauen ein kleines schmanker sag ich mal das steht in den handelsideen so nicht drin schaut euch mal an was wir hier haben wir haben hier eine bullische flagge bullisch aus dem grund weil wir in diesem aufwärtstrend der stunde aktuell aktuell unterwegs sind und das ist natürlich sehr sehr schön zu sehen das heißt hier trendet der markt gerade runter wir gucken uns das ganze gleich mal in der kleineren zeiteinheit an und sobald wir hier wieder ein aufwärtstrend haben ist das die initialzündung durchaus weiter nach oben zu laufen in richtung erstmal hier trend hoch beziehungsweise dann weiter die korrektur kann sich ja ein ganzes stück nach oben ausdehnen das hatten wir mal in handelsideen besprochen das ist wirklich sehr sehr spannend und sehr sehr interessant zu sehen hier sehen was das ist der abwärtslauf der fünf minuten hier ist das letzte korrektur hoch hier oben können wir die abwärtstrend linie auch schön drauf legen und wenn es darüber geht haben wir den ausbruch dann haben wir die chancen für die oberseite das also ein kurzer ausflug hier in gold und die korrelation zum dau und damit schauen wir auf die entsprechenden märkte jetzt sehe ich auch im facebook dass wir einiges an kommentaren auch haben da war wahrscheinlich etwas delay dabei das freut mich sehr guten morgen allen zusammen das passt ja ralf wir haben es ja gestern gesagt der dau und das gold die hängen zusammen die korrelative phase ist mit da es war halt einfach nur die frage ob es kommt und wann es kommt und wir haben es gesehen es kam der dau kracht runter der abwärtstrend der stunde ist weiter intakt und das hat dann die umkehr auch für den goldpreis gebracht garantien haben wir dafür ja nie aber es ist einfach das was der markt gerade spielt und aus diesem grund kann man das als händler wirklich gut und gerne auch auf der uhr haben und übrigens alle die diesen schub hier nach oben verpasst haben wirklich nicht traurig sein die zweite chance wartet ja weil das konnten die wenigsten traden also diesen knall nach oben wer soll sowas erratisches traden das ist dann glück wenn man dabei ist aber hier an dieser stelle wenn man jetzt schön das korrekturmuster sieht dann kann man sich doch auf die lauer legen und wieder ein stück nach oben mit schreden und genau das ist ja das was wir hier an dieser stelle auch mit sehen noch einen kurzen vermerk zu auf facebook ich sehe hier auf facebook leider immer nicht alle kommentare ich habe technisch noch nicht rausgefunden wie ich mir alles anzeigen lasse die verschwimmen dann oben irgendwann da komme ich nicht mehr rein an dieser stelle von der seite der falls jetzt schon irgendjemand einen wunschmarkt gepostet hat auf facebook bitte noch mal posten dass ich nicht verpasse so und damit machen wir jetzt weiter mit entsprechend natürlich den märkten aus den handelsideen von heute gefangen an dieser stelle gerne auch mal mit einem nebenwert an hier euro südafrikanischer rand eine währung die wir wirklich sehr sehr selten an dieser stelle auf der uhr haben genauso wie wir beispielsweise auch relativ selten die die zins also die anleihe cfds hier auf der uhr mit haben aber es sind halt immer wieder echt geniale chancen die hier auf uns warten so wie beispielsweise jetzt auch im euro südafrikanischen rand oder wie wir es gehabt haben hier ich zeige es noch mal ganz kurz neulich im buchsel ja da habe ich ja auch gesagt schaut euch an wo wir jetzt hier runter gelaufen sind da haben wir schön eine flaggenformation eine bärische flagge gehabt weil der markt hier im abwärtstrend ist und da hatten wir hier drüber gesprochen über die umkehrformation die bildet der ausbruch kam und jetzt trendet er nach unten das haben die wenigsten trader auf der uhr sowas aber es gehört einfach dazu in ein gutes portfolio und damit kann man echt gutes geld verdienen wir haben ja auf der aufwärtsseite auch immer ordentlich ideen gehabt wo man gutes geld miteinander verdienen kann und so schaut es momentan halt auch im währungspaar euro südafrikanischer rand aus da rede ich jetzt nicht hier irgendwo zwangsweise von einem kleinen mini mini intraday trade sondern wir haben wirklich gute chancen der markt ist in guten bewegungen drinnen und was wir hier sehen das bild ist dass wir hier deutlich nach unten getrendet sind der markt hat hier den letzten schub auch mit einer richtig richtig guten dynamik absolviert und ist zum stehen gekommen ja wen wundert es hier unten um die marke von 1592 ist auch mal ein support level gewesen also diese bereiche haben dann auch markt beachtung gefunden und wir sehen hier an dieser stelle ist der markt hochgelaufen also eine schöne intraday kursumkehr und danach ist er schön absolut schön trendig auch in der stunde sieht man es gut nach oben gelaufen also hier auch ein schöner kanal auf die oberseite jetzt kommt es aber darauf an wie der markt weitermacht weil wir sind hier aktuell in einer bärischen phase und das was wir hier sehen ist eine wirklich sehr sehr weit gelaufene gegenbewegung auch innerhalb eines trendkanals hier oben rein in diesen widerstand um die 16 83 da haben wir gestern schon gesehen der markt ist schon mal rein gelaufen ganz klar kam dann auch ein ganzes stück zurück und läuft jetzt wieder oben drüber das heißt wir haben nach oben hin schon einiges noch an potenzial das heißt wenn der markt hier an dieser stelle stark bleibt und tatsächlich hier dieses widerstands level überschreitet und sich drüber stabilisieren kann dann hätten wir als nächsten anlaufpunkt hier oben mal die marke hier von diesem hoch bei 16 94 9 beziehungsweise dann können wir uns auch ein bisschen hier oben in diesem widerstands level bei 17 22 sich orientieren wir sehen ja hier oben ist die luft komplett rausgegangen da hat der markt ein paar mal probiert ist aber immer wieder abgeprallt das steht durchaus zur debatte dass wir es da haben zur oberseite hin das ist nicht aus dem weg zu räumen aber auf der anderen seite haben wir natürlich auch noch den weg nach unten geebnet beziehungsweise gegeben und da ist es natürlich so drehen wir hier tatsächlich rum prallen wir ab entweder hier oder hier das spielt jetzt keine rolle das ist was was man sich auf die watchlist legen kann dann haben wir durchaus die chancen wieder ein ganzes stück nach unten zu laufen und wenn wir mal schauen wo es hingehen kann wenn wir uns mal diese trendige phase auch anschauen können nächster wert nach unten wären dann einmal hier die 16 46 5 7 0 das ist das trend tief hier beziehungsweise hier unten diesen leichten staubereich um die 16 34 das ist das und das sehen wir übrigens auch hier in dieser nebenwährung sehr sehr schön im stunden chart schaut es euch einfach an hier war der abwärts schub nach unten hier ist der trend gebrochen worden hier hat sich ja schön nach oben laufende aufwärts trend gebildet und hier sehen wir halt auch die marken hier letztes korrektur tief hier dieser spannungsbereich wo der markt hier immer wieder support bekommen hat das sind einfach marken wo wir sehen diese haben beachtung und die können wir als trader ja mit nutzen das heißt das was wir jetzt hier sehen im kleinen wenn es zum abprall kommt können wir uns nach unten orientieren den letzten schluck sag ich mal den wir hier haben ist das hier oben das also hier haben wir ja den aufwärts schub gehabt hier gab es die korrektive phase dann sind wir jetzt hier oben reingelaufen und wenn wir hier tatsächlich nicht weiterlaufen sollten oder auch noch ein stück weiterlaufen wie auch immer und dann unten drunter fallen dann brechen wir erst einmal diesen schub dann haben wir die chance nach unten zu laufen und aller spätestens hier geht es dann wirklich definitiv dynamisch weg weil dann haben wir den bruch nach unten und da müssen wir jetzt einfach nur ein bisschen zuschauen wie der markt sich hier an dieser stelle zukünftig verhalten wird das hier zum euro südafrikanischer rand und damit machen wir weiter mit dem britischen fund kanadischen dollar auch das immer mal inzwischen auf der uhr gehabt ist schön zu trainen wie ich finde nicht immer einfach aber wir haben gute chancen und auch hier die können wir ja nutzen was haben wir hier an dieser stelle gesehen schaut euch das an wir sind jetzt hier erst einmal in einer schönen dynamischen ja sag ich mal phase von unten von 15 59 5 weit nach oben gelaufen bis 166 9 da war das hoch hier oben drin in diesem kleinen widerstand den wir hier aus diesem schwung hier drüben gehabt haben das ist das wo das hoch gelaufen ist und hier haben wir dann das umkehrsignal bekommen das wurde auch sehr sehr schön bestätigt was ist durch die bestätigung passiert wir sehen es auch hier der markt ist einfach durchgerutscht hier dieser untergeordnet laufende trend wurde gebrochen und wir haben jetzt hier eine starke dynamik zur unterseite her ohne zwischenzeitlich wirkliches durchatmen vom markt das bringt uns natürlich hier auch immer wieder in die situation zu sagen okay kommt es zu einem rückschnapper da müssen wir mal schauen wo wir chancen auf der oberseite haben und punkte die wir hier relativ leicht auch identifizieren können sind halt hier in dem chart man sieht es an den tageshochs das sind auch level jemand in diesem trend verlauf sieht an den korrektur hoch sind da haben wir jetzt zwei liegen die 16 entschuldigung die 1 63 4 und hier oben die 1 63 knapp 7 haben wir liegen und dann natürlich noch hier das level um diesen ausbruch bereich bei 1 64 158 das ist das was wir zur oberseite haben dazu brauchen wir allerdings erst einmal eine umkehr das heißt wir haben aktuell überhaupt keine signallage die es zulässt hier entsprechende richtungsumkehr zu machen wir haben gestern schon mal rein geschnuppert wenn wir uns mal diese kerze hier ansehen das ist auch so eine umhüllungskerze wo der markt nahezu unverändert geschlossen hat also nach oben da oben was zu heiß nach unten da war es zu kalt dann sind wir wieder in die mitte gelaufen der markt war definitiv unentschlossen und jetzt kommt es darauf an was passiert kurse unter dem tief von gestern machen es eher wahrscheinlich dass wir die unterseite weiter anlaufen und wenn wir da mal schauen dann haben wir erst einmal zwei schöne korrektur level unten liegen das heißt einmal das korrektur tief hier unten aus diesem trend raus bei 1 61 und hier unten das tief dieses aktuellen trends hier das haben wir bei 1 59 568 liegen die marken haben wir definitiv auf der unterseite und das ist das potenzial was definitiv auch da ist man muss einfach nur mal schauen wie es hier weitergeht und bei den britten müssen wir wirklich auch immer aufpassen was mit dem thema brexit passiert ne johnson will ja heute ultimativ das letzte angebot an brüssel geben ich bin da immer so am überlegen man das wirklich ernst nehmen soll wenn man einfach sagt die briten wollen eigentlich schon ein deal haben und man macht das letzte angebot man muss ja mit der eu auch zusammenarbeiten wollen ja also mal gucken was dabei rauskommt das heißt an dieser stelle das thema harter brexit ist immer noch auf der agenda auch wenn das parlament beschlossen hat es darf nicht so sein es geht dorthin und her und diese nachrichten beeinflussen natürlich auch immer diese währungen sozusagen und das ist halt der punkt hier den wir hier an dieser stelle auch immer wieder sehen und das sind nachrichten die können durchaus einen impact haben das muss man so ein bisschen im kopf haben vielleicht auch hier bei dem thema money management was die depot beziehungsweise positionsgrößen entsprechend auch angeht und man muss einfach sehen wenn der britische fund jetzt wieder schwächer werden sollte durch dieses ganze brexit szenario dann kannst du ziemlich schnell zu einem richtungswechsel kommen weil wir dann einfach sozusagen mehr für unser geld entsprechend bekommen und der markt hier dann entsprechend in diese richtung sozusagen ja bewegt also das ist jetzt hier der punkt also eine schwache währung heißt also dass die kurse sich entsprechend nach unten eine starke währung entsprechend nach oben bewegen das heißt hier preist der markt momentan die schwäche ein das heißt wir bekommen einfach weniger kann dollar für den britischen bund und wenn sich das bild deutlich rumdreht dass der britische fund wieder stärker werden sollte dann werden die kurse auch relativ schnell wieder nach oben laufen weil man einfach für das britische fund wenn es stärker wird mehr kanadische dollar entsprechend auch bekommen das an dieser stelle und damit gehen wir noch in den us dollar japanischen yen in diesem chart wir haben ja auch den tages chart und ich mache hier gleich mal noch die sachen raus die wir jetzt hier zur chart betrachtung nicht benötigen was haben wir hier wir haben im us dollar japanischen yen hier einen sage ich mal großen markt der von oben nach unten läuft untergeordnet allerdings hier wir sehen es wir haben diesen schönen abschwung rausgenommen und sind in einen dynamischen aufwärtstrend übergegangen das zwischenhoch haben wir hier oben gehabt um die 1 um die 100 100 8 knapp 5 hier oben das hoch das ist also ein widerstandsbereich und wir sehen es gestern ist der markt nach einer schönen korrektur ist er wieder schön nach oben gelaufen reingespiked in diesem widerstandslevel und hat ein etwas niedrigeres hoch gemacht also hier an dieser stelle des währungs die die währung ist hier oben bei 108 470 einfach rumgedreht hat deutlich intraday abverkauft hat hier sogar die tagestiefs rausgenommen von 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 vorgestern und vor vorgestern und das zeigt uns natürlich der markt will momentan nicht so richtig nach oben das heißt an dieser stelle weiter fallende notierung färben das bild natürlich jetzt erst einmal ein bisschen zur unterseite hinein das haben wir unten liegen als anlaufpunkt hier die 107 417 beziehungsweise dann hier dieses zwischentief bei 106 96 das ist hier an dieser stelle mit blick weiter runter daher jetzt das zögern da war das auch schon wieder schneller wird dieses level hier gebrochen also die 100 knapp 107 dann haben wir hier unten mit 105 737 das aktuelle trend tief liegen dieses hier das wäre dann auch ein anlaufpunkt den wir durchaus nach unten hin sehen können wobei sich dann in diesem moment der ganze chart auch wieder rumdreht weil dann haben wir einen abwärtstrend nach unten laufen der dann wieder in richtung dieser übergeordneten dynamik läuft und dann haben wir deutlich das bärische bild solange wie wir allerdings nicht unter die 106 96 fallen haben wir weiterhin die chance offen nach einem rückschnapper noch einmal die ja sag ich mal den versuch zu wagen über dieses hoch bei 108 476 drüber zu laufen und dann uns hier oben am widerstand hier an diesem korrektur hoch bei 109 316 einfach drüber zu schieben das sind die sachen die wir aktuell hier im us dollar yen sehen sondern sehe ich gerade in den chats hier dass wir hier an dieser stelle noch neuseeland dollar kann dollar us dollar kann dollar und euro kann damit haben schauen wir mal einfach durch hier wir starten mal mit dem währungspaar euro kann dollar hier an dieser stelle auch die verortung definitiv abwärts gerichte das währungspaar hat man ja auch besprochen hier oben kam schön der abpraller vom widerstand und der lief wirklich sehr dynamisch runter und hat das ziel level erst einmal zum thema sag ich mal trendfortsetzung hier unten erreicht ist schön abgeprallt der markt überlegt aber momentan hier unten sehen wir von gestern diese umhüllungskerze allerdings von der verortung sehr sehr weit unten und wenn wir diesen chart mal etwas weiter zusammen zoomen müssen wir einfach konstatieren wir sind aktuell hier unten in einem bereich angekommen wartet mal ich gehe mal kurz auf die woche da sieht man es ein bisschen besser wir sind hier unten in einem bereich momentan angekommen der schon ein gewisses widerstands unterstützungslevel hat ihr könnt es durchaus mal zu einem rückschnapper kommen aber wenn es definitiv runter bricht dann haben wir hier drüben aus der historie doch auch noch einige marker nach unten laufen das heißt an dieser stelle 1 40 5 beziehungsweise unten die 1 47 37 8 das sind durchaus marker die wir aus der historie im chart noch liegen haben und durchaus anlaufen können verraten wird es uns definitiv der ja ich sage ich mal als erstes hier die zeitanhalt unter der woche das heißt das ist jetzt mal der tag also das heißt wer die woche hier als richtungsgeber nutzt um mal zu schauen wo es hinlaufen können da muss man einfach das ganze somit anschauen im kurzfristigen trading ist es natürlich quatsch die woche zu betrachten und jetzt zu sagen ich handel mal aus der stunde in die woche das ist käse da kann der tag ja ordentlich korrigieren und dann fliegen an die set ups um die uhren das wollen wir natürlich nicht also was haben wir hier momentan euro kann dollar hier ist das kürzle im chart falsch bitte nicht beirren lassen hier oben steht auch geschrieben euro kann dollar hier an dieser stelle könnte es ein rebound geben rebound heißt wir sollten uns mal an diesen tages hoch sie auch orientieren wo wir rein laufen könnten ansonsten wenn wir tatsächlich nach diesem kleinen spike von gestern drunter neue schwäche sehen dann orientieren uns eher unten runter das heißt diese bewegung setzt sich fort und dehnt sich weiter aus und wir wissen ja je weiter so was läuft die größer wird die wahrscheinlichkeit dass ein rückschnapper kommt dass also hier die kleine einschätzung zum währungspaar euro kann dollar machen wir weiter mit us dollar kann dollar haben wir hier auch die tage immer mal wieder gehabt währungspaar an dieser stelle im tageschart zu sehen machen wir mal klein sehen wir hier momentan interessant auch hier wenn man es mal so sieht im us dollar kann dollar wir haben hier den schub nach unten gehabt also diese aufwärts dynamik die wir hier oben gesehen haben haben wir definitiv rausgenommen dann haben wir hier auch schön das kerzenmuster gehabt oder das korrekturmuster sage ich an dieser stelle mal schon hier einen schönen kanal sozusagen auch hier an dieser stelle hat dieser einen bärischen charakter gehabt weil die einfach hier nach oben gelaufen sind hier in dieser spanne und das ganze hier dann entsprechend nach unten verlassen mit laufen wieder in trendrichtung runter das heißt wir sind schon ausgebrochen der markt trendet auch sehr sehr schön nach unten nächster anlaufpunkt den ich hier sehe bei einer fortsetzung des ganzen erst einmal hier unten dieses level in diesem bereich hier an diesem low ungefähr bei 131 3 das wäre mal der nächste anlaufpunkt und dann hier natürlich dieses tief was wir hier unten hatten schon mal hier in diesem bereich das jahrestief als nächstes mit anzulaufen das heißt hier unten diesen bereich das wäre mal das was wir hier durchaus im blick haben können und das ist hier unten die marke auch dass man noch mit einem preis versehen ganz kopp hier die 131 hier unten als support level mit anlaufpunkt und dann hätten wir natürlich hier wenn wir tatsächlich bis hier runter laufen und das level auch brechen einen abwärts trend der dann wieder in richtung dieser ganz großen dynamik läuft und dabei die abwärts seite auch mit bespielt das also zum britischen fund us nein zum us dollar kann dollar und dann haben wir noch neuseeland dollar kann dollar das gucken wir uns natürlich an dieser stelle auch direkt noch an kurzen augenblick ich scroll kurz runter hier haben wir neuseeland dollar kann dollar und da haben wir der chart sieht wieder sehr sehr verfrachtet aus mit linien aber ich hoffe wir sehen es an dieser stelle trotzdem wir haben jetzt hier weiterhin auch im übergeordneten bild hier an dieser stelle die dynamik doch sehr sehr stark nach unten laufen also diese letzte bewegung hier auf wochenbasis die setzt sich doch sehr sehr deutlich und sehr sehr dynamisch durch die unterseite entsprechend fort der chart geht mir auf die nerven wartet mal ich mache mal kurz den sauberen chart auf ich mag das nicht wenn das so voll ist das sieht glaube ich auch für die zuschauer nicht ganz so schön aus neues chartfenster hier an dieser stelle gehen wir hier mal in den tag rein also was wir hier an dieser stelle sehen ist tatsächlich wir sind weit weit runter gekommen wenn wir einen blick in die woche hineinwerfen wir sehen es auch die woche der große trend der woche der ist ja sehr sehr schön gekommen steht auch in einer guten bewegung ist also weit weit nach unten gelaufen und über über ich will jetzt nicht sagen überdehnt aber setzt sich halt auch hier durch eine starke dynamik sehr sehr weit nach unten fort wenn wir uns das langfristige chartbild mal anschauen wir haben durchaus schon noch einiges am potenzial hier unten drinnen liegen wenn wir uns mal sehen wir hatten diese unterstützung die wir hier unten an diesem tief liegen hatten um die marke hier auch da klemm ich mal kurz ein preisschildchen dran also hier das kam ja von hier drüben ungefähr naja die 083 diese marke hier war die unterstützung die ist jetzt auch rausgenommen worden und damit kann der markt durchaus auch deutlich tiefer noch laufen und den nächsten anlaufpunkt den wir hier an dieser stelle haben den haben wir mal hier unten an diesem spike low das ist hier unten der bereich hier unten das tief was wir drüben hatten ungefähr bei ja 0 8 naja 0 80 9 in etwa dieser zähler bereiche unten das ist das support level beziehungsweise der bereich dieses spike los hier unten und dieses potenzial ist auch noch da die frage die sich jetzt hier nur stellt ist läuft die woche einfach durch oder aber bekommen wir das was dieser markt und hier schon immer mal gezeigt hat mal wieder ein rücksetzer wir haben sie auch hier unten gesehen wir sind reingelaufen in dieses support level haben rücksetzer bekommen und dann sind wir nach unten schön geschoben und die frage die sich hier stellt ist bleibt der markt bei diesem verhalten und wenn er das tut was märkte sehr sehr häufig tun dann ist hier jetzt irgendwann mit einem rückschnapper zu rechnen und aus diesem rückschnapper heraus könnte man dann die richtung nach unten auch mit begehen das also dazu dann habe ich hoffe ich hier an diesen stelle das thema auch mit durch und in diesem sinne sage ich danke wieder für die zeit ich wünsche allen einen erfolgreichen trading tag für heute einen schönen feiertag am morgigen dritten oktober und für all diejenigen die moe freitag auch hier um diese zeit wieder zuschauen willkommen dann um 8.30 die handelsideen den blog mache ich natürlich vorher und dann wie schon gesagt ausgedehnte analyse phase mit vielen wunschmärkten wir haben die zeit und dann nehmen wir uns die am freitag also bis dahin allen entspanntes trading tschüss